so wie heute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja mann und heute gibt es mal nichts besonderes im hintergrund leute sondern einfach mal keine ahnung was es war es sind paar geile feats dabei gewesen was ich gesehen habe aber leider keine geile geile gunstreak oder so die gegner haben am anfang richtig abgefuckt irgendwie aber dann haben wir habe ich sie doch noch ein bisschen zerstört und ja wollte ich heute was sagen alter ich bin derzeit diese woche jetzt im praktikum habe von schule aus praktikum und da arbeite ich also fange ich in der früh um 8 uhr an bis um vier und um fünf bin ich dann daheim also habe ich nicht so viel zeit und ja ihr fragt euch jetzt bestimmt über was ich rede was ich bei was ich praktikum mache ja das ist die große frage leute nein ihr habt es wahrscheinlich schon im titel gesehen wer nicht der ist blind wahrscheinlich dann also wer es nicht gesehen hat der ist irgendwie blind macht bei audi praktikum also ich nehme das video jetzt am montag auf er ist ja klar weil montag dienstag um 12 morgen also kommt sehr hoch dann und ja das der tag war eigentlich ganz gechillt musste bisschen öl wechseln bei einem auto reifen wechseln bremsscheiben wechseln und so weiter was man so eine werkstatt eigentlich macht das mechaniker chillige auto sind auf jeden fall und ich sehe hier gerade ich habe jedoch ein skrupellos noch erreicht gehabt ja chillig und dann bin ich schon ja ja chillige auto sind da ich finde audi geil eigentlich mich würde es mal interessieren obwohl doch wird es mich schreibt so in die kommentare leute was eure lieblingsautomarke ist das wird mich echt interessieren leute also schreibt es bitte in die kommentare wer sich bis hierher angeschaut hat quad feed im hintergrund gerade fünffach kill dann er legt mich am arsch ja schreibt es in die kommentare was euer lieblings automarke ist und ja audi finde ich ganz gechillt eigentlich geile marke gibt es geile autos und so von dem her passt ist ich hatte ja schon mal ein praktikum bei audi gemacht aber als verkäufer als automobilkaufmann jetzt eben als auto mechatronik jetzt sollte mal was da ist bessere ich von den beiden und dann passt es dann passt der scheiß weil sie so grob in welche richtung ich gehen will mit beruf ausbildung oder so aber dazu sage ich wahrscheinlich irgendwann noch mehr mal da kommt ein separates video ja und da ich ja um fünf wird anders auf leute wird es vielleicht knapp mit den videos das ist also mit dem video am donnerstag das um 12 hoch kommt aber ich bemühe mich dass ich schaffe und sonst kommt es eben um 18 uhr oder so hoch und ja upload braucht bei mir nicht so lange irgendwie finde ich ganz chillig aber das rendern dauert bei mir irgendwie lange das ist so ein witz aber ja das video ist jetzt an der stelle auch schon zu ende das gameplay meine ich das video ja das video ist auch zu ende aber ja was soll es leute ich hoffe es hat euch gefallen lasst den daumen nach oben da und das sehen wir uns beim nächsten mal wieder und tschüss und auch auch